Glückwunsch! Ihr Unternehmen arbeitet mit voller Auslastung. Aber können Sie Ihre Energie jederzeit und überall unter Kontrolle bekommen? Mit den EnerSys Power Management Lösungen können Sie. VIQ speichert alle Batterieleistungsdaten und verbindet sich mit Ladegeräten und der Mobile-App. Truck IQ installiert auf dem Fahrzeug am Atourenbrett, liest und zeigt Batteriedaten an, um das Fahrzeug optimal zu betreiben. Mit der e-Connect-App können Sie die Daten von mehreren Standorten direkt über Ihr Smartphone überprüfen und alle Informationen teilen. SYNX bietet Ihnen einen tieferen Einblick in die Warnungen und ermöglicht die Fernsteuerung Ihrer Flotte via Cloud-Technologie. Sie können die Daten Ihrer Leistungsmessung festlegen und verwalten. Wir bieten umfassende Full-Service und auch vorbeugende Wartungspakete an. Mit über 125 Jahren Erfahrung bieten wir Ihnen die beste Energielösung für Ihren Gabelstapler EnerSys. Ihr Power Management Partner